Der Wecker tackert leise, um nur mich zu wecken. Er geht früh, so früh, dass alle andere noch schlafen. Aufstehen, ohne Licht, ohne Zögern. Noch im Morgengrauen das Sitzkissen richten, den Wecker neu einstellen, den Rücken aufrichten, das Becken nach vorn kippen, das Zwerchfell dagegen, Hände ineinander im Schoß, Kopf im Scheitelpunkt nach oben, die Zungenspitze gegen den Gaumen, atmen. Meditation für Zweifler Eine Sendung von Frank Schüre Ohr, Schulter, Hüfte fühlen und diese Vertikale hängt nun ab, davon, dass sie wirklich fest verwurzelt ist, in der Basis des Bauchbeckenhaumes. Und diese Verwurzelung ist zu verwirklichen, allein, wenn Sie eine Kraft im Unterbauch fühlen. Sie müssen gerader sitzen, noch gerader. Riskieren Sie mal ein bisschen das Hohlkreuz, also die Haltung, die Sie in Ihrer ganzen Größe zeigt. Karl Fried, Graf Dürkheim, ist einer der deutschen Pioniere der Verbindung von Zen-Buddhismus, Tiefenpsychologie und Christentum. In der Rundfunksendung Einübungen in die Meditation aus dem Jahr 1974 führte er die interessierten Hörer über drei Stunden in die Praxis der Meditation ein. Und drücken Sie noch einmal fester jetzt den Unterbauch in die Leisten hinein. Und dann, es gibt einen seltsamen Ausdruck bei den Meistern des Zen, die sagen, man soll so dasitzen, als wenn der Anus die Sonne betrachtet. Ja, nun lachen Sie, das ist auch in der Tat ein komischer Ausdruck. Aber diese Einstellung gibt dem ganzen Körper die richtige Basis für die dann ganz leicht zu haltende Vertikale. Und Sie müssen schließlich das Gefühl haben, so wunderbar fest da zu sitzen, dass Sie stundenlang so sitzen könnten. Und das können Sie auch. Wieder tackert der Wecker leise, bringt mich in den Alltag zurück. Hände heben, dehnen, Beine lösen, langsam aufstehen, das Kissen richten. Zurück zur Haltung, aufrecht, Ohr, Schulter, Hüfte, eine Vertikale, die Kraft im Unterbauch. Je länger wir sitzen, desto mehr können wir das Gefühl haben, unten breit und mächtig zu werden. Nach oben immer größer, immer leichter, immer weiter. In dem Maß, als wir nach unten breit werden, können wir nach oben wachsen. Ganz still. Nichts bewegt sich. Wir sitzen. Meditation geht am besten regelmäßig und an einem ruhigen Ort, der nur dafür da ist. Man sollte langsam anfangen, also nur so lange sitzen, wie man sich wohl fühlt. Irgendwann findet man den für sich richtigen Rhythmus. Zeit und Ort, Dauer und Haltung müssen stimmen. Wie jede Übung wirkt auch Meditation durch Wiederholung. Täglich, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, eine gleich lange Weile, in einer gleichbleibenden Haltung. Einfach nur aufmerksam sein. Das klingt simpel, und das ist es. Aber es ist nicht leicht. Es ist tatsächlich eine sehr herausfordernde Übung, weil der Geist so unruhig ist und so konditioniert darauf, in Mögen und Nichtmögen zu fallen, unterhalten werden zu wollen. Dabei wird klar, anwesend sein ist nicht trivial. Es ist das schwerste Ding in der Welt, anwesend zu sein. Selbst in deinem Körper, die meiste Zeit, sind wir nicht anwesend in unserem Körper. John Kabat-Zinn hat das Programm Stressbewältigung durch Achtsamkeit gegründet, das heute weltweit in Kliniken und Krankenhäusern und in immer mehr gesellschaftlichen Institutionen praktiziert wird. Wo und wie bin ich denn sonst, wenn nicht hier und anwesend? Geht das überhaupt irgendwo anders sein, als hier? Nein, eigentlich nicht. Und trotzdem, wenn man sich mitten im Trubel der Dinge und Termine und Anfragen und Menschen und, und, und einfach einmal hinsetzt, nur hinsetzt und da sitzen bleibt, keine Zeitschrift, kein Handy, kein Smalltalk, kein Blättern und Notieren in wichtigen Unterlagen, nur sitzen, spüren, die Füße auf dem Boden, den Hintern auf dem Stuhl oder Sofa, den Rücken an einer Lehne, den Atem. Das ist eine außerordentliche Situation. Normalerweise bin ich immer mit etwas beschäftigt, habe immer etwas vor, verarbeite etwas. Und wenn wirklich nichts ansteht, seufze ich, halte kurz und irritiert inne und beginne mich zielstrebig zu zerstreuen. Was tue ich, wenn ich meditiere? Ich sammle mich. Zuerst auf körperlicher Ebene, weil das konkreter und leichter geht als geistig. Ich versammle also meinen Körper zu einer Haltung, in der er so gut wie möglich für eine Weile innehalten und einfach nur wach sein kann. Zu dieser körperlichen Innehaltung bringe ich dann eine geistige Haltung. Ich sammle meinen Geist, indem ich ihn auf ein konkretes, regelmäßiges Ereignis richte. Das geht am besten mit dem Atem. Graf Dürkheim. Und nun fühlen Sie einmal den Atem im ganzen Leib. Fühlen Sie, wie der Kopf gleichsam atmet. Wie wir gleichsam mit der Kopfhaut atmen. Wie es immer aufgeht und wie etwas zugeht. Wie die Brust atmet. Aber nicht dadurch, dass wir die Luft da oben einziehen, sondern wie der ganze Leib immer wieder weiter wird und wieder schrumpft. Sich öffnet und wieder schließt. Und achten Sie mal auf den Bauchbeckenraum. Wir können das Gefühl haben, dass das Becken immer breiter wird. Wir selbst werden immer schwerer, gewinnt immer mehr Kontakt mit dem Boden. Wenn der Atem auf dem bewussten Geist basieren würde, wären wir schon lange tot. Oh, ich war geschäftig, habe es vergessen. Oh ja, ich soll ja atmen. Glücklicherweise ist das Nervensystem viel zu schlau, um das der Kontrolle des Bewusstseins zu überlassen. Schau, ob du dich einfach auf den Atem einlassen kannst, ohne ihn zu beeinflussen. Er weiß, was zu tun ist. Sehr gut, viel besser als du. Schau, ob du dich einfach atmen spüren kannst. Lass alles andere sein. Nimm den Atem ins Zentrum deiner Achtsamkeit. Als ob dein Leben daran hinge, was es tatsächlich tut, auf viele Weisen, auf mehr Weisen, als du denken kannst. Die Sammlung des Körpers bereitet anfangs einige Schwierigkeiten. Wir sind es einfach nicht gewohnt, uns eine längere Zeit gerade und still zu halten. Die ersten Erfahrungen mit Meditation drehen sich daher um all die Nöte, die aus einer Innerhaltung über einen längeren Zeitraum erwachsen. Füße oder Beine schlafen ein, Gelenke schmerzen, Juckreiz plagt, Fliegen nerven. Der Rücken erweist sich als eine ganze Landschaft unterschiedlichster Schmerzzustände. Müdigkeit und Erregung, Erschöpfung und Rastlosigkeit wechseln sich ab. Ein ganzes Orchester körperlicher Unruhe und Verspannung spielt auf. Indem der Körper lernt, sich zu sammeln und still zu sein, ergreift der Geist die Gelegenheit abzuschweifen. Und hier gibt es keine Grenzen. Wellen von Langeweile, Hilflosigkeit, Wut, Angst, Unruhe und Ohnmacht Rollen durch die Innenwahrnehmung, jedes Detail der Vergangenheit, jeder Hauch persönlicher Kränkung oder Bestätigung, jede Beachtung und Missachtung werden unermüdlich aufgerufen, wiederholt, abgeschätzt, erlitten, ausstaffiert. Jede nur mögliche zukünftige Entwicklung wird erträumt, erhofft, befürchtet und bis ins Letzte ausfantasiert. Alles ist wichtig. Nichts bleibt unbedacht und unbewertet. Ohne Ablenkung oder Projektion zeigt sich ein hochempfindliches emotionales Wesen. Das Resultat der Meditation ist eigentlich niederschmetternd. Von demjenigen, den ich am liebsten in mir sehe und erträume, finde ich nichts. Und doch berührt mich diese Erfahrung außerordentlich. Ich erlebe mich und den Moment auf eine irritierend einfache und ganz neue Weise. Ich bin einfach still und aufmerksam. Und zwar nicht auf etwas Spezielles, also nicht etwa mit der schlauen Absicht, etwas zu begreifen oder zu verbessern. Nein, ich bin bei mir, so wie ich bin und nehme wahr, was aufkommt. Ich glaube, dass eine ganze Menge kritischer Geister eigentlich gerne diesen Weg gehen möchten, aber durch das ganze esoterische Drumherum, wo man gebeten wird, seinen Anspruch an der Garderobe abzugeben. Also da gibt es ganz viele Rituale, wo Leute mit einem gewissen intellektuellen Anspruchsniveau sagen, nee, also das ist nicht meine Welt. Ulrich Ott ist Psychologe und Meditationsforscher. Er hat ein Buch geschrieben, das sofort zum Renner wurde. Es heißt Meditation für Skeptiker. Sein Erfolg scheint darin zu liegen, dass Ott eine spirituelle Praxis freilegt von Räucherstäbchen, Schwaden und fernöstlichen Ritualen, dass sogar skeptische Menschen eine Annäherung an Meditation wagen. Wir brauchen eine Anleitung zur Meditation für kritische Männer. Das war sozusagen für mich der Auftrag als Autor vom Verlag her, wo ich gesagt habe, okay, als Wissenschaftler liegt mir das ja eh, das kann ich vermitteln. Ich habe im Grunde das Buch geschrieben, das ich mir vor 25 Jahren gewünscht hätte. Ja, ich hatte so damals die Idee, warum gibt es keinen Professor für Neurowissenschaft, der gleichzeitig Zen-Meister ist und dann aus diesen beiden Bereichen das Beste sozusagen in einer nüchternen Analyse eine Wegbeschreibung zusammenführt. Ich bin weder das eine noch das andere geworden, aber ich habe mich sozusagen selbst auf den Weg begeben müssen, weil es das damals nicht gab, so eine Synthese zu versuchen. Ich selbst bin zum Beispiel ein Mensch, der auch durch Meditationspraxis entdeckt habe, dass ich einfach nicht besonders ernsthaft bin, dass ich faul bin, dass mir andere Sachen im Leben wichtiger sind. Und vielleicht ist das auch so ein wichtiger erster Schritt, nicht so zu tun, als wären wir irgendwelche grandiosen Heiliger und Mystiker, sondern einfach mal zu verstehen, warum wir manchmal so brennend interessiert sind an diesen Sachen und tolle Gefühle kriegen, wenn wir darüber reden und nachdenken. Und oft eben auch nicht, weil da irgendwie eine Fernbedienung ist, sondern ein Stück Schokolade oder sowas. Der Philosoph und Bewusstseinsforscher Thomas Metzinger meditiert regelmäßig seit über 20 Jahren. In ihm und Ulrich Ott treffe ich zwei ideale Ansprechpartner für meine Frage, warum Meditation? Beide sind erklärte Wissenschaftler. Wie passt das zusammen? Meditation und Wissenschaft? Indem man unterscheidet, meint der Meditationsforscher Ulrich Ott. Das sind verschiedene Zugangswege. Die wissenschaftliche Arbeit als solche ist ja keine Meditation primär, sondern sie ist der Versuch, die Phänomene, die bei der Meditation auftreten und die da wichtig sind, zu verstehen. Wo geht es um eine Haltung von Offenheit, von Akzeptanz? Und dann auch der Versuch, Modelle zu kreieren, die beschreiben, was da passiert, wenn jemand versucht zu meditieren und in die Gegenwart zu kommen und auch zu verstehen, warum gelingt es uns denn verdammt noch mal nicht, uns hinzusetzen und nur dem Atem zuzuhören. In der Meditation bemerken Ulrich Ott und Thomas Metzinger, wie sie denken und wie oft sie auf Autopilot sind. Meditierend erkennen sie die innere Dynamik, die viele Menschen wie Schlafwandler durchs Leben geistern lässt. Als meditierende Skeptiker geraten sie dabei in alltägliche und existenzielle Widersprüche. Es gibt Phasen, wo ich mindestens 80, 90 Prozent Familienvater sein muss. Es gibt Phasen, wenn ich was publiziere, wenn ich Studien mache, wo dann die Familie natürlich darunter leidet. Und es gibt eben Phasen, wo ich sage, jetzt muss ich mal Zeit reservieren. Das war zum Beispiel damals, als ich den Vipassana-Kurs mitgemacht habe, über zehn Tage, zehn Stunden am Tag meditieren, wo ich mal wieder ganz tief in die Erfahrungsebene reingehen muss. Und das war für mich damals auch unheimlich kostbar, weil diese tiefen Erfahrungen und das Zu-Sich-Kommen hilft natürlich unheimlich im Familienleben, hat vielleicht damals meine Ehe gerettet, und es hilft auch neue Hypothesen zu generieren für die Wissenschaft, den Kopf frei zu bekommen. Eine der wichtigsten, tieferen Fragen, mit denen wir im Moment, glaube ich, konfrontiert sind, ist, ob es so etwas wie eine säkulare Spiritualität geben kann. Das heißt, ob es so etwas geben kann, was vollständig entkleidet ist von Organisationen, Meistern, Gurus, Lehren und insbesondere dieser Belohnungsstrategie, dem Suchen nach schönen Gefühlen. Denn die Mechanismen der Selbsttäuschung, des Aufbaus eines ganz kompletten Systems, die die Religionen natürlich perfektioniert haben, die haben viele Vorteile für den Menschen. Eine ist, dass sie die Motivation ständig stärken und stabilisieren bei einer Praxis wie dem Beten oder dem regelmäßigen Gottesdienst zu bleiben. Wenn all das wegfällt, das heißt, wenn es einfach kein Glauben mehr an eine Belohnung nach dem Tod im Himmel durch irgendeine Autorität gibt, dann ist das große praktische Problem, woher kommt die Motivation für so eine nachhaltige Praxis? Thomas Metzinger bleibt skeptisch und er meditiert täglich. Gerade als Wissenschaftler hat er sich einer Haltung verschrieben, die verstehen möchte, was geschieht. Je irritierender und aufrüttelnder das Ereignis ist, desto mehr. Hier begegnen sich engagierte Wissenschaft und Spiritualität. Schon der Name des Buddha steht für diese grundsätzlich forschende Haltung. Buddha bedeutet der Erwachte. Ulrich Ott hat festgestellt, dass gerade für geistig Schaffende wie Wissenschaftler Meditation hilfreich sein kann. Also ich glaube auch, dass Meditation für Wissenschaftler eine sehr wichtige Methode wird in der Zukunft, um den eigenen geistigen Horizont als solchen und seine Begrenztheit zu erkennen, weil ich kann ja nur in dem System, in dem ich geistig mich aufhalte normalerweise arbeiten und ein Konzept davon entwickeln, was alles möglich ist. Und wenn ich da nicht ab und zu die Möglichkeit habe, rauszugehen und auch mal Zustände zu erfahren, wo ich merke, es gibt Bewusstsein, ohne dass das Ich in der Mitte sitzt und alle Fäden arrangiert. Also diese horizonterweiternden Erfahrungen von Meditation, ich glaube, das ist noch ein ganz großes Potenzial, was da in der Zukunft ausgeschöpft werden soll, wo im Moment die Forschung noch nicht so weit ist. Wie erkenne ich mich? Wie finde ich Zugang zu meinen tiefen Wünschen und Sehnsüchten? Und wie erfahre ich mich als ein lebendiges Wesen, das in sich ruht? Ein Schlüsselwort dafür? Aufmerksamkeit. Ein Zustand, den Sigmund Freud schon als Grundlage seiner psychoanalytischen Forschung erkannte und der bis weit in die fernöstliche Weisheitstradition reicht. Für das Üben der Aufmerksamkeit braucht es eine innere Haltung. Wichtig dabei ist der Atem. Er belebt und verbindet Körperliche mit geistigen Vorgängen, er sammelt Konzentration und löst Spannungen. Sein konkreter Rhythmus hilft uns durch Stimmungsschwankungen. Indem man lernt, beim Atem zu bleiben, lernt man da zu sein. Und wie schwer das fällt. Theoretisch sind wir der Herr unseres Geistes und sollten in der Lage sein zu sagen, jetzt tue ich mal die nächsten zehn Minuten nur auf meinen Atem achten. Und wenn man es macht, stellt man fest, man kann es nicht. Und ich sehe es ja an der Uni, im Unterricht. Die Studenten, die haben ihren Plan, die haben ihre Prüfungen. Und wenn die sich hinsetzen und die Augen zumachen und ich sage ihnen, achtet man nur auf den Atem, dann bricht bei denen das Chaos aus. Und die sind völlig entsetzt, wie wenig Kontrolle sie tatsächlich haben über ihren eigenen Geist. Es ist wichtig, dass du weißt, egal wie lange du schon meditierst, genau so ist der Geist. Das ist komplett normal. Du bist nicht schlecht. Du bist kein schlechter Meditierender, nur weil dein Geist umherstreift. Das ist die Natur des Geistes. Das ist wie der pazifische Ozean, erwogt entsprechend in atmosphärischen Bedingungen. So wäre die Hauptanleitung an diesem Punkt, immer wenn du merkst, dein Geist ist nicht auf deinem Atem, lass deine Aufmerksamkeit bemerken, was in deinem Geist vorgeht. Haltung, Atem und Aufmerksamkeit. In der Meditation begegne ich mir in einer Tiefe und Gründlichkeit wie vielleicht noch nie in meinem Leben. Ich erlebe mich als eine Ansammlung von banalen und aufgeregten, begierigen und gekränkten, überheblichen, wütenden und gelangweilten Zuständen. Irgendwann bekomme ich dabei ein Bedürfnis nach Unterstützung, nach Gemeinschaft in dieser tiefen und verstörenden Erkenntnis. Ich beginne mich für erfahrene Menschen in Sachen Meditation zu interessieren. Menschen wie Alexander Poray, Leiter des Benediktushofs eines Zentrums für spirituelle Wege, das der Benediktiner, katholische Priester und Zen-Meister Willigis Jäger gegründet hat. Alexander Poray ist einer seiner beiden Nachfolger. Die Fähigkeit unseres Bewusstseins, sich zu identifizieren, ist sehr stark. Und Identifizierungen garantieren uns ein ganz bestimmtes Überlebensmoment. Und ehe wir es gemerkt haben, haben wir uns mit diesen Strategien gänzlich identifiziert und sagen, das bin ich. Wenn mich jemand fragt, wer bin ich, dann kann ich sagen, ich heiße Alexander. Aha, das heißt letztendlich, ich bin kein Peter. Ich mag vielleicht Cappuccino, ja, vielleicht magst du kein Expresso, vielleicht mag ich Rotwein, vielleicht mag ich kein weißer Wein und so weiter. Ich entwerfe mich ständig und in den meisten Fällen identifiziere ich mich dann mit den Inhalten. Denn wenn ich sage, ich mag Rotwein und jemand hört und bringt mir trotzdem Weißwein, dann sage ich ihm, du nimmst mich nicht ernst. Meditierend erlebe ich, wie schwer es mir fällt, bei irgendetwas zu bleiben, mich einzulassen, mich zu spüren in den Sinnen, die mir gegeben sind und die mich nicht nur mit Informationen versorgen. In der Meditation erlebe ich, wie mich meine Sinne verbinden und einbetten in das konkrete Geschehen. Meist geschieht es über das Hören, weil es in der Stille der Meditation besonders angesprochen wird. Manchmal sind es die frühmorgens erwachenden Vogelstimmen, manchmal ist es der Klang einer Glocke oder das Rauschen des Windes. Plötzlich bemerke ich, dass ich einfach nur höre. Dass ich in diesem Hören vollkommen aufgehe und alles andere sich verliert. Und dann beginne ich es zu kommentieren. Der ganze Witz ist, dass wir uns dank unserer Fähigkeit, sich mit meistens gedanklichen und emotionellen Inhalten zu identifizieren, ständig von einer bestimmten Tatsache entfernen. Das Bei-sich-Sein oder das Eins-Sein ist der Grundzustand und nicht das Ergebnis von etwas. Das heißt, die Übung ist nicht, was muss ich tun, um das zu erreichen, sondern die Übung ist völlig anders. Nämlich, was tue ich die ganze Zeit, damit ich das nicht sehe. Um da zu sein, müssen wir nicht üben da zu sein, sondern wir müssen aufhören abzuhauen. Meditation versetzt mich nicht in irgendeine magische Verfassung, die wie ein Sesam öffne mich außerordentliche Erfahrungen bewirkt. Meditation übt Aufmerksamkeit. Das geht in einer so einfachen wie konsequenten Haltung, dem Aufrichten. Diese Haltung ist eine hochkomplexe Errungenschaft menschlicher Kultur. Das Können und das Tun nur wir Menschen so. Aber auch von uns nur die wenigsten. Sich aufrichten und innehalten und aufmerksam sein, bis man ankommt, egal wo, egal wie es dazu geht. Mir ist es zuerst aufgefallen an Ampeln, dann in Warteschlangen, in Wartezimmern, in allen möglichen unliebsamen Situationen. Ich konnte bleiben. Ich konnte da sitzen oder stehen und einfach da sein. Ich konnte sehen, was geschah. Eine rote Ampel, ein volles Wartezimmer beim Arzt. Ich konnte es hören. Brummende Autos, raschelnde Zeitschriften, SMS-Getippe oder Spielchen auf dem Handy. Ich konnte es riechen. Abgase, Parfum und Schweiß. Imbissbudenaroma. Ich konnte fühlen. Spannung, Ungeduld. Typische Verhaltensmuster. Den Stuhl im Rücken, das Polster, den kleinen Jungen neben mir. Ich konnte es als Teil von mir erleben. Das hatte ich geübt und gelernt in der Meditation. Stundenlang, täglich, über Jahre. Was für eine seltsame Übung. Alexander Poray bringt es auf den Punkt. Es beginnt mit dem Ende. Es gibt eigentlich keine Einführung und es gibt keine Vorbereitung und es gibt auch keinen Stufenweg. Es beginnt schon mit dem Schluss. Das Sassen ist Mittel, aber auch das Ziel. Es ist es schon. Im Laufe jahrelanger Meditation wird Aufmerksamkeit zur tragenden Qualität des Befindens. Ob beim Bäcker, in endlosen Besprechungen oder in der Rushhour. Erregt oder gelangweilt, wütend oder erleichtert. Das sind keine Umstände mehr, die ich vor allem loswerden will. Das sind Zustände geworden, in die ich mich sinken lassen kann. Die ich geschehen lassen kann. In denen ich bleiben kann. Die ganze Übung dauert so lange, weil wir es nicht kapieren und nicht, weil wir es erreichen müssen oder weil wir was durchlaufen müssen. Sondern es hängt nur davon ab, wie lange wir brauchen, um zu kapieren, dass das, was ist, ist. Und dass nur das, was ist, ist. Und dass es so, wie es ist, ist. Alles andere ist völlig sekundär. Meditation wirft meine normal aktive Haltung vollständig auf sich selbst zurück. Es kommt zu einer Art Implosion der Anstrengung und Anspannung. Ich reibe mich so lange an meiner selbstgewählten Innerhaltung, bis etwas in mir loslässt und ankommt, bis ich spüre, so ist es. Das übt und lernt man nicht ohne Widerstände und bestimmt nicht im Durchs Leben Rasen. Es ist wie die Genialität der so skandalös ruhenden Haltung eines Buddha, die nicht heilig, nicht göttlich, sondern die Wachmacht für das, was ist. Wenn man jetzt gerade hier im Rheingau sitzt und schaut runter ins Rheintal, man hat ein Kloster nach dem anderen, also gar nicht weit von hier, Kloster Eberbach und Hildegartes. Und die meisten Klöße sind leer stehend und werden nicht mehr benutzt, wozu sie eigentlich ursprünglich waren, nämlich Leute in diese Erfahrung hinzuführen. Der Meditationsforscher Ulrich Ott träumt von einer neuen und zeitgemäßen Nutzung dieser alten spirituellen Bildungszentren. Dort ließe sich Meditation und Wissenschaft verbinden zu einer Forschungsgemeinschaft, die sich auch der Frage widmet, wie das geht. Spiritualität ohne religiöse Glaubensrituale. Bis dahin bleibt dem meditierenden Skeptiker ein so uraltes wie vertrautes Feld für das Üben der Aufmerksamkeit. Um das im Alltag zu implementieren, nutze ich eigentlich den Alltag selbst als Übungsfeld. Weil den Luxus eine Stunde am Tag morgens und eine Stunde am Tag abends zu praktizieren, den habe ich nicht. Weil ich muss ja schon um halb sieben auf der Autobahn sein, um die Rushhour zu vermeiden. Weil ich sitze dann eine Stunde hinter dem Steuer. Und da hängt es auch sehr davon ab, was ich mache. Achtsames Autofahren ist für mich eine wichtige Übung. Und jetzt gerade habe ich vor ein paar Wochen die erste CD, die es gibt in Amerika, Mindful Driving, wo Übungen zum achtsamen Autofahren angeleitet werden. Ich werde auch morgen wieder von einem vertrauten Signal geweckt werden. Es ist sehr früh. Aufstehen ohne Licht und ohne Zögern. Bequeme Sachen anziehen und sitzen. Aufrecht und aufmerksam. Atmen. Wann sollen wir üben? Und wie sollen wir üben? Wann? Nun, ich würde sagen, es ist gut, wenn Sie eine Zeit finden, vor dem Frühstück sich einzustellen, übend auf die rechte Haltung des ganzen Tages. Wesentlich ist aber, dass Sie wirklich üben. Nicht nur, dass Sie sich vornehmen und hinterher feststellen, ach, ich bin nicht dazu gekommen. Nehmen Sie sich etwas vor, lieber etwas weniger als Sie können. Sagen Sie, ich übe drei Tage in der Früh und nicht vier. Und halten Sie das aber wirklich durch. Aber tun Sie es. Wissen Sie, die Übungen sind leicht. Aber es ist schwer, ein Übender zu werden. Wissen Sie, die Übende zu werden.